So, die Herrschaften, zwei Weizenbier. Oh, das sieht aber mal lecker aus, nicht wahr, Heinz? Entschuldigen Sie, Fräulein, dieser Humpen hier geht aber schon zurück in die Abteilung Spüle, wa? Da ist ja noch Lippenstift dran. Sag einmal her, tatsächlich, ein rauter Lippenstift. Weißt du was, das geben wir deine alten, dann passt's Zeig wieder zusammen. Prost. Achso, das ist ja unerhört. Komm, Hertha, wir gehen. Ja, Heinz, wir gehen. Achso.